Hallo und herzlich willkommen zurück zu Goddator 2 Wageburst. Ich bin Mr. Kadhafi, euer Let's Play Nies Kaninchen und wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, beziehungsweise haben wir sogar mehrere Aufträge. Zum einen haben wir eine Datenbank, schon wieder eine Post. Meine Güte, danke für die Hilfe, danke für die Hilfe mit den Goddard Soldaten. Was? Trotz der Probleme hast du schnell reagiert, um die Lage zu klären. Dank dir können wir die Psyone vielleicht endlich zurückdrängen. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ich werde tun, was ich kann, hoffentlich arbeiten wir bald wieder zusammen. Achso, stimmt, wir hatten beim letzten Mal ja gegen eine Psyone gekämpft. Das lief wirklich gut, muss ich sagen, dadurch, dass sie getrennt waren. Also, dass wir erst den einen und dann den anderen angegriffen haben. Kanon, schön euch kennenzulernen. Ich war einfach etwas abwesend, habe nicht alles mitbekommen. Ich bin Kanon Daiba. Ich hoffe, euch geht es, äh, ich hoffe, euch so viel es geht aushelfen zu können. Aber ich denke, das dauert noch etwas. Ich will weiter und schicke ab und an einen Startungsbericht. Bis dann. Gerne, gerne, so. Und zwar können wir, hier muss ich noch ein bisschen was tun. Ich habe schon ein bisschen versucht und so. Aber wir können zum Beispiel mit Kanon reden. Und ich könnte eine freie Mission machen, um mit Alicia weiterzugehen. Und ich würde sagen, damit fangen wir an, dass wir mit Alicia zusammen eine Mission absolvieren. Irgendeine, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine freie. Und deswegen nehmen wir doch einfach mal eine freie Mission von denen, die ihr noch nicht gesehen hattet. Möchte ich diese? Ja, die möchte ich zum Beispiel. Denn da ist wieder ein Borg, Kalman oder ein Chi-Yu, oder? Ähm, oder nehmen wir das hier? Hm. Ah, Drachen. Na, komm, wir nehmen mal das. So. Das nehmen wir und wir nehmen natürlich nicht mehr Kota, sondern wir nehmen, obwohl. Wir nehmen auf jeden Fall Alicia. Ich überlege, ob ich einfach noch Kota mitnehme, damit wir freie Mission sozusagen bekommen. Gut, machen wir das. Und dann hier bleibt alles gleich. Und Kirugumi muss mit. Da müssen wir nicht lieber drüber reden. Ich würde sagen, los geht es. Ich habe eine neue, beziehungsweise ich möchte mal etwas ausprobieren. Und zwar möchte ich jetzt mal Wilderbiss 3 ausprobieren. Resonanzwellen aktivieren, deinen Godangriff verstärken, jeden Angriff immens. Ausdauerkosten sinken. Klingt super. Ich habe meistens Probleme mit Ausdauerkosten. Ach, das ist ein Luftangriff? Ne, das ist normaler Clowneinsatz. Okay. Schauen wir einfach mal und los geht's. Ich hatte ein bisschen... Oh, Story. Bitte bleiben Sie in der Basis. Es ist unser Job, dich sicher zu halten. Sicher zu halten. Willst du mich, deinen Job besser machen? Ja, ich meine... Ja, Herr. Es hilft, wenn du zuerst wegstellt, ohne Autorisierung. Ist das so? Dann verhörst du nicht, mich zu retten. Ich kann nicht warten, um die Suppe zu entstehen. Ja, ich kann nicht, wenn du zuerst wegstellt, um die Stun-Grenäte zu kommen. Sie sind auf der Reise. Sie senden Stun-Grenadien hier? Das dauert Jahre. Na ja, ja, normalerweise. Aber diese Zeit, ich denke, dass du sehr glücklich überraschst. Hm? Was hast du gesagt? Was hast du planiert? Okay, gut. Ich werde mich nicht verraten. Ich möchte H.Q. nicht versuchen, um unsere Leben zu schützen. Das ist doch schön, eigentlich. Alles in Ordnung. Los geht's. Wir müssen Paralyse-Granaten finden, scheinbar. Oder was? Keine Ahnung. Mal gucken. Okay. Wie wir sehen, sind sie aufgeteilt. Ein bisschen. Wir gucken mal, wer sich zuerst bewegt. Der gewinnt. Der obere gewinnt. Der obere gewinnt. Wir gehen zu ihm. Die werden eh gleich wieder zusammentreffen. Ich kenne doch meine Pappen einmal. Oh Gott. Das ist... Na gut, das ist eh der Fernkampftyp. Der muss eh zuerst weg. Der nervt sonst zu sehr. Na komm, mein Freund. Ja, du hast mich gesehen. Das ist mir klar. Uh, hübsch! Nicht so hübsch. Ich hab keine Ernteklau. Ich muss dran denken, ich hab keine Ernteklau. Alter, das kostet ja so viel. Gar keine. Kota! Nein! Nicht unser Fernkämpfer! Na, roll doch nicht so... Oh, aua. Roll doch nicht so umher. Siehst du, Kota? Du... Das war jetzt deine Schuld, weil du jetzt rumgerollt bist. Oh, oh! Hehehe, mit der Reichweite kommst du nicht klar, ne, mein Freund? Da fühlst du meine Reichweite zu groß. Alli, alli, alli! Die Reichweite zu voller Linke. Die Reichweite zu verknütig. Die Reichweite zu, am Level 3 die Begegnung ist Sorgen. Die Reichweite zu verknütig. Alter, ich kann das endlos machen. Wie lustig. Wenn ich immer wieder Bürst bekomme von irgendwem. Oh, 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 Katafi. Uuuuh, da rastet du zu. Das macht echt Spaß mit dem Teil, muss ich sagen, jetzt so. Weil ich das echt endlos machen kann. Woouuuh. Weil ich gegen ganz kleine Gegner würde das ideal sein. Gegen große Gegner sind wirklich hier, glaube ich, die Ernteklaue ganz elementar, damit ich mich mal wieder heilen kann. Aber so gegen kleine Schuppen ist das schon ganz angenehm. Ja. 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 Au, au. Okay, Kugugumi. Kugusu. Ja. Kugusu. Kugusu. Aragami, Tatsui! Shit! Ein Millimeter rein! Sehr gut, noch die nächste Bindung weg. Au, au, au. Ah, na, kommt das nicht so meins. Ah. Kommt der da hinten zu uns? Sehe ich das richtig, dass der langsam zu uns gläckelt? Das gefällt mir aber nicht mehr. Gefällt auch nicht, dass mir gerade die Erholungspillen ausgehen. Na, ich würd's ja gerne. Ich versuch's ja die ganze Zeit. Aber der hat mich dezent im Fokus. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, jetzt kommt der da hinten. Da ist er schon. Wie, warte mal. Ich kann mich mal ganz kurz darum kümmern, das. Und... Kota. So, mein Freund. Hallo. Ich brauche ernsthaft dafür die, ähm... Ernteklinge. Das macht es so viel einfacher, weil ich mich echt nicht mehr um Heilung kümmern muss. Oh, mein Freund. Au, au, au. Und da sind die, äh... Stufe... Zwei Pillen alle. Schieß doch! Kacke. Das große... Das hab ich auch noch nicht so wirklich verstanden, wieso die eigentlich mal aufhören. Ich mein, klar, es gibt hier diesen... diesen Skill dazu, beziehungsweise den Befehl, dass die automatisch angreifen müssen. Deswegen, die das jetzt auch instant tun. Ne, die laufen da jetzt direkt hin. Ne, doch nicht. Hat sich doch umentschieden. Super. Fände ich besser, wenn das automatisch immer auf diesem Modus wäre, dass die... automatisch angreifen, auch wenn der abhaut. Die verlieren sofort die Aggression. Das verstehe ich halt nicht so wirklich. Warum die ihm diese Möglichkeit geben. Die Hand ist jetzt broken. Good start. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Ja. Das ist unser Moment. Au. Und schön drauf. Immer schön auf alle Körperregionen gleichzeitig. Wie viel Ausdauer wir haben. Zumindest wie wenig Ausdauer das kostet. Das ist so angenehm. Das kriegt Kota, damit er... Ach, scheiße. Weil er ist ja unser Fernkampfer. Er kann ja eh nur Fernkampf. Oh, da hat es jemand aber auf dem Weg abgesehen. Gah. 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 Gah Okay Dann Kota Alicia Das ist ja Wenn man das einmal umgestellt Es gibt ja die Option Er greift ja sofort an Weil ich das einmal umgestellt habe Ich vergesse das immer wieder Dass ich das am Anfang machen muss Na gut Muss man sich halt nur dran gewöhnen Dass man das immer wieder einstellen muss Dann geht er schon So Drachen Schale Drachen Ruhestein Drachen Rüstung Zwei Ja Wir gehen nach Hause Gucken Wie es jetzt mit der Geschichte Um Alicia jetzt auch weiter geht Erstmal haben wir Hier Unterstützungsfähigkeit Plus eins Wir möchten Ja danke Ich möchte Selten verlassener Axt Und Mehr Materialbelobung Hilfsbürst Ausdauer Autoregeneration Auf die Sense Geil Und Gourmet Kriegen wir noch was schönes Wichtelklaue Drachenrüstung Kriegen wir noch eine Ja ja doch Und Gefräßige Klaue Rang 3 Und oh Feuerbombe Meine Güte Was zum alles Gefräßige Klaue ist Ach die hier Okay Keine Ahnung was die bringt Oh Ist die müde Hm Hm No Gotti Die Arme Verständlich Ja Jetzt spätestens Nach den ganzen Informationen Die sie sich so Angearbeitet hat Ach die arme Kleine Okay Geht was Geht die Charakter Episode Ist sie vorbei Mit Alicia Nein Alicia ist unterwegs Um die Aragami Im Umkreis der Satellitenbasis zu eliminieren Mach dich bereit Und rede mit ihr Alicia Wo bist du denn Da bist du Alicia Ja Ich muss mal gucken was das bringt Erhöhung der Ausdauer Regeneration Das wäre natürlich super Anstelle der maximalen Ausdauer die erhöht ist Mehr Ausdauer Jeden hallo Ja schon mal Oder wir haben mehr über Alicia Erfahren In der nächsten Folge Helfen wir ihr wirklich Bei ihrem Un Schaffbaren Aber unglaublich Wichtigen Auftrag Eigentlich die Leute Außerhalb der Sicheren Basen Zu verteidigen Ich sage mal Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Euer Kaninchen Tschüss Tschüss Hat dir das Video gefallen Und du willst mehr sehen Werde ein Aboninchen Willst du schon eines So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Tschüss Tschüss